Hier herrscht Katzenjammern. Die österreichische Mannschaft befindet sich längst auf dem Rückflug. Jetzt haben wir einmal die Chance, dass wir da weiterkommen. Und der Dragovic schafft es nicht, den Öfer einfach sicher zu reinhauen. Das sind alles Weltklasse-Gicker, die verdienen Millionen. Ja, aber der Dragovic hat das einfach verschuldet. Der Arler schießt nicht, was ist mit dem? Das tut verlaut. Zeit hört, so passt, aber der Rest ist zum Scheißen. Und die Spieler, ich weiß nicht, ob die überhaupt wissen, was da los ist. Das sind 16 Meter. Das ist halt eine Europameisterschaft. Wir spielen gegen die besten Mannschaften Europas. Das ist eine andere Belastung vom Kopf her als im ausverkauften Happelstadion. Sie haben sich gut eingestellt auf unsere Mannschaft. Es gibt für die Fußball leider immer einen Gegner. Of course. Sie haben natürlich alles versucht, aber... Meilenweit entfernt von der Form. Of course. Es gab viele Abspielfehler. Es gab wenig zusammenhängende Aktionen. Das ist wie wenn du bei einer Prüfung alles gelernt hast. Du gehst dorthin, super vorbereitet, super vorbereitet. Du sitzt bei der Prüfung, dir fällt nichts mehr ein. Alles, was die Leute machen. Alles, was die Leute machen. Echt? Hinter. Genau. Echt? Untertitelung des ZDF, 2020